Servus, mein Name ist Almir Schalakowitsch, der Trainer der zweiten Matcher vom 1. FC Naurot. Heute sind wir zu Gast im Derby gegen Tusmedenbach. Das ist Derby und das wissen die Jungs schon seit Anfang der Woche und dementsprechend sind sie auch so eingestellt und sind heiß auf das Derby und wir wollen hier heute drei Punkte mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Das war ein hartes Stück Arbeit heute. Kein Seisläufer der Tusmedenbach ist echt super, super gut in die Saison. Das war ein hartes Stück Arbeit heute. Kein Seisläufer der Tusmedenbach ist echt super, super gut in die Saison. Schade, das haben sie heute auch getan. Und wir mussten uns echt richtig strecken, um heute drei Punkte mitzunehmen. Also ein ganz, ganz harter Kampf, weil du über den Kampf gingst, weil Derby ist Kampf und das haben wir an den Tag gelegt. Und deswegen geben wir heute auch als verdienter Sieger vom Platz. Schwer, das ist genau das erwartete Spiel. Medenbach hat uns kaum Raum gelassen, hat uns schon direkt gepresst. In unserer Hälfte war es schwierig da rauszukommen. In der Halbzeit haben wir bessere Lösungen dazu gefunden. Ja, Jaro hat uns auch noch mal am Leben gehalten, in dem der den Elfmeter noch gehalten hat. Aber nichtsdestotrotz, das Derby musst du halt auch mal dreckig gewinnen. Das haben wir gemacht und ich denke auch über die 90 Minuten ein verdienter Sieg für uns. Bis jetzt. Gib mir ein A! A! Gib mir ein U! U! Gib mir ein M! M! Gib mir ein Derbysieger! 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 Vielen Dank.